Mimimi 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 Ernsthaft? Ja egal Ähm Ich brauch dann auch so ein Emoji Sobald ich's machen darf Mimimi 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 So Sind wir da eigentlich äh freundlich gesinnt? Dürfen wir einfach da rein? Guten Tag Darf ich hier rein? Glaub mir Du willst dich nicht mit mir anlegen Ja Ja stimmt Will ich nicht Wär viel zu einfach Ich müsste einfach niesen Und du würdest auf em fragen aufm Baum klettern fotos Wenn her machte da eine An-sage Das sieht gerade echt lustig aus weil das Ausrufezeichen ist halt genau ungen Äh, recht amüsant. Wir tun dasselbe. Wir kehren nicht heim, bis diese Inseln uns gehören. Helos riech. Sparta ist gekommen. All good silence. Ähm, ich, ich, warte, die kann ich gleich wieder ausmachen und einfach hier hochklattern. Ähm, das Publikum ist auf jeden Fall interessant. Sarkastisch? Ich hätte nicht gedacht, dass du kommst, wo du meinen Plan doch für Selbstmord gehalten hast. Und deine Rede verpassen? Niemals. Athena halten Reden. Spartiaten geben Befehle. Was würdest du mir befehlen? Nein, ähm... Nein, so jemand sind wir nicht. Deine Männer sind tapfer, doch das wird nicht reichen. Wir brauchen die Verstärkung. Sie würden nie lebend ankommen. Die Flotte der Athena ist zu mächtig und unser Schiff liegt auf dem Grund des Meeres. Meins nicht. Du willst sie auf offener See angreifen? Ist das noch tapfer oder schon Wahnsinn? Die Adrasteer und ich sahen uns größeren Gefahren gegenüber als ein paar Athener Schiffen. Du kämpfst wie Achilleus. Doch selbst du könntest nicht ihre ganze Flotte besiegen. Wenn ich genug Schiffe versenke, können die Spartaner durchbrechen. Da ist noch etwas. An Bord meines Schiffes ist noch ein Helm. Der meines Vaters. Ich versenke die Schiffe. Aber wegen des Helms kann ich nichts versprechen. Ach, und hören die Schiffe schon. Okay. Du bist lange genug hier. Wie viele Schiffe schützen Delos? Mehr als du versenken kannst. Wir müssen nur ihre Patrouillen ausdünnen. Sie in Unordnung bringen. Der Helm deines Vaters scheint dir viel zu bedeuten. Das tut er. Er barg ihn von der Leiche seines Vaters nach der Schlacht bei den Thermopylen. Das Meer ist ziemlich groß. Wo genau ist dein Schiff gesunken? Irgendwo vor der Nordküste von Mykonos. Wir sahen die Festung Miltiades, als wir an Land schwammen. Die Haie sind dick und rund, wenn ich fertig bin. Ja. Zerstöre drei Schiffe. Ja. Das ist doch machbar. Ja. Praktisch. Gut. Das wäre eigentlich lustig gewesen, wenn wir davor schon irgendwie sau viele Schiffe von denen versenkt hätten. Und da keine Schiffe mehr da wären. Das wäre super lustig. Kann ich? Darf ich? Vielleicht? Ja. Kann ich? Darf ich? Vielleicht? Ja. So. Und jetzt schauen wir mal, wie viele Schiffe wir töten müssen. Also drei. Aber. Ob es einfach wird. So. Ladies. Wir haben einen Auftrag. Macht euch verreicht zum Abdecken. Kapitän, übernimmt das Steuer. Ah, da bist du. Ich wollte ja gerade schon fragen, wo der ist. So. Ich finde das immer so schön. Amphiposida oder Megapheron. Amphiposida oder Megapheron. Amphiposida oder Amphiposida. Wir hoffen den Freunden sehr. Haltet eure Waffen bereit. Da kommen sie. Lasst ihr Feuer vom Himmel regnen. Sie können hier bereit sein. Schützen. Bereit halten. Keine Luft. Bereit machen. Und. Einmal. Rammen. Nein, die wollen nicht rammen. Die wollen die rammen. Schützen. Aus Position. Palaka. Die nehmen Kurs ab uns. Das ist sehr schön. Schützen. Feuer. Äh, was? Lol. Wollen wir mal entern? Ja. Wir kapern die Bastarde. Oh. Hast du mich gerade abgeworfen? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ich glaube, dass... Alter, du... Alter, der hat gerade zwei von mir getötet. Alter, ich hab ihn getötet, dann bin er dann ausgewichen. Ja, Alter. Alter, der tut mir echt leid. Ohohohoho. Jetzt seid ihr Futter für die Haie, Athena. Uh. Karpat, nordischer Begriff. Ich hab früher immer verstanden, nordischer Begriff. Taledas lässt euch gerüßen, Athena. Abschaum. Wir brauchen Verstärkung. Wir brauchen die Schicht. Alter. Das war ein... ein geiler... ein geiler... ähm... Auftritt. Aber... ... ... ... Wir brauchen den... ... geilen Auftritt nicht. Wir versenken sie einfach. Oh. Die waren es ja klar, weil wir sind Das war sehr knapp. Das war extra. Ich trete dich in die Nieren. So. Oh, das war ein krasser Sprung. Öffne das Segel. Wie nett, die Athena kreffen wir uns gar nicht an. Mach die Ruder bereit. Jetzt will ich die aber auch nicht mehr ankreifen, weil die hätten uns gerade voll ran können. Aber haben sie nicht gemacht. Ja, schaffst du es? Nein, wir sind zu schnell. Oh, da sind hier noch welche. Vor allen Dingen, ähm, wo sind noch Athena? Also da ist eins. Ja. Ja. Sehr schön. Wir sind unsichtbar. Äh, unsichtbar. Äh, unsichtbar. Äh, unsichtbar. Ja, nee, äh, ja. Kapitän, ich wollte eigentlich hier entern. Das ist auch richtig, richtig cool, das Bam Bam Bam. Oh, da ist einer mit Gift. Hallo. Jetzt ist da keiner mehr mit Gift. Also die, äh, die Schiffe sind schon echt, äh, nice. Also die sind echt schnell. So. So. Dann... Äh, tja, also wir, wir müssen halt Athena töten. Oh, die helfen uns die ganze Zeit. Sie sind ein bisschen unpraktisch. Oh, 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 das tut weh. Komm schon. Ah, verdammt. Schnell, wir können es, Kapitän. Schreitet euch irgendwo hin. Noch ein Treffer und das Wort, Kapitän. Gut, dann schnell. Sehr schön. Auf den Schlag, wir körpern sie. Auf den Schlag. Auf den Schlag. So? Auf den Schlag! Auf den Schlag, wir können es. Auf den Schlag! Eine Schlag, wir können zum Beispiel jetzt ein wenigst общем, okay das war schnell okay es ist halt auch nur ein kleines bötchen so oh nein da ist eine tod so ja athen danke für deine hilfe aber da ist ja noch einer wieso muss ich eigentlich athena töten und nicht die piraten die piraten sind hier das größere problem eigentlich also welche piraten würde es sich mit mit spartaner und athena flotten anlegen das ist so nicht nicht logisch na dann das war ein strike naja ne ne doch doch wir stürmen jetzt das schiff auf dein zeichen was ist dein zeichen das war Geh' ich dich wieder. Soll ich dich wieder treten? Hehehe. Da fragt der an den Draht. Alter, Alter, Alter. Hä? Wieso hat er das überlebt? Eine haben wir hier verloren. Schade. Gut. Oh nein, nein. Nein, nein. Oh, da war noch eine Truhe. Verdammt. Okay, ähm. Ist das ein Athena? Nee. Da hinten sind Athena. Gut. Krass, es ist schon wieder halb acht, ne? Wow. Gut, dann falten wir mal die beiden. Ich bin noch dabei, die Mods auszusuchen und höre auf die Oze. Tut mir leid, Athena. Aber ihr habt einen scheiß Boss hier. Bogen schützt! Haltet euch kümmern! Nee, ausgewickelt. Feuer! Ja! So. Das treibt gut. Könnt ihr nicht nehmen? Welches treibt gut? Ah, das da. Bruder bereit machen! Dann rammen wir mal. Mann, schau! Haltet euch fest! Und... Au! Ja, also zwei Schiffe sind krass. Aber der Treffer, den wir beiden zugefügt haben, war schon geil. Was? Du musst lauter reden. Ah, wir sind wieder geheilt, aber eher wahrscheinlich auch, ne? Das ist ja auch wieder geheilt. Ja, wir treffen genau die Steier. Nee, cool. Wie daneben, wir haben voll getroffen. Äh, wir treffen doch die ganze Zeit. So. Na, du süßer. Nein! Ich wollte nur Ihnen zeigen, wie toll ich schwimmen kann, weil die können ja nämlich alle nicht schwimmen. Diese... Ciao. Und tot ist er. Diese Idioten. Sind in der Marine und können nicht schwimmen. Huchu. Weil er in den Bobbis. So, warte, 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 warte. Also, du tötest gerade eine meiner... Was ist mit Ares? Ich hab nicht aufgepasst. Ares kann dich mal. So, durchsuchen. Gibt's hier zwei? Ja, auf den großen gibt's immer zwei. Ergert mich immer noch, dass ich die eine vergessen hab. So, hey, Phil. Schön, dass du... Uuuuuh, still! Oh, jetzt werde ich schon wieder nass. Äh, schön, dass du vorbeischaust. So. Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Ich muss mir hier vorbei. Und das nächste Schiff angreifen. Habt ihr mich gerade angegriffen? Wegel runter, Ruder rein! Wegel runter, Ruder rein! Los, an eure Ruder! Prost! Äh... Und da sagt er nix, ne? Das war voll daneben, aber das ist ihm egal. Ja, ja, warte, warte, und... Du bist so tot. Ja, okay, ein bisschen hast du noch überlebt. Guck'n schön hin! Neu rein! Ja, 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 ja! Ja, 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 na, ja! Größt nachladen, gut. Dann sind jetzt die Ruderer dran und da. Oh, da ist ja noch einer. ja warte warte wir haben gleich auszeit warte warte nicht ich kann ich kann ich nicht an warte gut wir sind in sicherheit ah wow das war knapp tschüss Gott das war volle kann ich da nehmen egal ich brauch der hat mich hier voll erwischt au so Nummer 1 verdammt ich kann dich nicht treten sehr schön ja aber so hey ich hab dich doch gerade getreten ok ja so oh oh Gott gut dann sind die letzten dran beziehungsweise eigentlich muss ich die nicht mehr töten wir brauchen Leute vorsicht 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 nicht nicht getroffen da drüben ist ja noch einer ähm zerstöre weitere Athener Schiffe um den zerstöre zum Typen zurück ja gleich so und jetzt haben wir ihn und sie wollen uns sie wollen uns treffen uuuuuh verdammt na gut die haben wir uns sogar getroffen diese blöden aber entermann entermannschaft entermannschaft der schlimmste der schlimmste der schlimmste vorgang und der beste also ich war ja ich war ja fast tot als ich draufgegangen bin aber ich bin nicht draufgegangen gut du warst einfach fast tot gerade ja ja aber nur fast und jetzt und jetzt ringen sie wieder schön ich hol' ja mal kurz die da und dann können wir wieder nach hause zurück und dann ich bin die 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 das die die